Willkommen zu einer neuen Meditation und heute geht es ums Arbeiten und zwar auch um deinen Flow in deiner Arbeit und auch darum, dass du dein Arbeitspensum gut einteilen kannst, das heißt auch gut managen kannst und dass dir das keinen Stress macht. Und ich möchte das heute einfach auf der Zeitfrequenz einmal aufbauen. Das heißt, dass du dir vorstellst, dass die Zeit wie eine Strömung ist, die für dich arbeitet. Also nicht, dass du das Gefühl hast, du paddelst mit deinem Boot gegen den Strom und musst dich besonders anstrengen, sondern du musst wirklich mit der Strömung mitfließen und dadurch kannst du dich auch entspannen und dich aufs Wesentliche konzentrieren. Ich wünsche dir eine schöne Reise. Schließe einfach mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. und mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Erlaube dir jetzt mal, ganz im Hier und Jetzt anzukommen, ganz in diesem Augenblick. Es gibt keine Vergangenheit, es gibt keine Zukunft und du kommst ganz in deiner Mitte an. In deinem Innersten. Erlaube dir mal, dich einzupendeln in deiner Mitte. Alle Gedanken fallen von dir ab und du wirst absolut klar und entspannt, ruhig und frei. Zuallererst, überlege dir mal, wer waren denn deine Vorbilder als Kind, wo hast du denn Arbeit gelernt und auf welche Art wurde denn gearbeitet. Stell dir mal deine Eltern vor oder dein Familiensystem und schau einfach mal, wie hast du denn da Arbeit mitbekommen. Was bedeutet denn Arbeiten für dich? Hast du da vielleicht einen gewissen Stress mitbekommen, einen gewissen Druck, dass Rechnungen immer beglichen werden müssen, dass man unter Anspannung steht, dass man vielleicht einen gewissen Erfolgsdruck hatte und erlaube dir jetzt mal, diese Vorbilder aus deinem Familiensystem, die dich da geprägt haben, zu transformieren. Das heißt, den Eindruck, den du über Arbeit bekommen hast, der darf jetzt mal sich lösen und transformiert werden. Atme mal tief ein und wieder aus und nun fließt eine Energie der Transformation in deine Arbeitsvorbilder. Und diese Vorbilder können aus dem Familiensystem kommen, aus der Gesellschaft kommen. Egal, wo das herkommt, das darf sich jetzt mal lösen. sodass du, was Arbeit angeht, immer freier wirst, ein unbeschriebenes Blatt. Alte Anstrengungen lösen sich. Und du spürst in dir deine aktive Seite, wie diese erstarkt, wie da mehr Energie kommt, wie sich diese Seite aufbaut. Denn du spürst, du möchtest etwas erreichen, weiterkommen, etwas erledigen. Ein Teil von dir liebt das. Das ist ein ganz wesentlicher Teil auch von dir. Und dieser aktive Teil steht schon in den Startlöchern. Das ist so wie ein Sprinter beim 100 Meter Lauf. Das ist deine aktive Energie. Und nun geht es darum, diese aktive Energie in die Kanäle zu verteilen in dir, die wichtig sind. Vielleicht ein Kanal für Inspiration, ein Kanal für Weiterbildung, ein Kanal für Interesse, ein Kanal, der deine Kompetenzen klärt, ein Kanal, der zu deinem Archiv, zu deinem Erfahrungsschatz Zugang hat und ein Kanal, der mit der Zeitqualität übereinstimmt. Und du spürst, dass diese Zeitqualität eine sehr spielerische, eine sehr leichte ist. Ernsthaftigkeit hat in dieser Zeit jetzt nichts verloren. Es geht um das Leichte, um die Beweglichkeit. Es geht nicht darum, wie in einer schweren Erdenzeit recht anzupacken und recht stark zu sein. Nein, es geht um Leichtigkeit. Es geht darum, beweglich zu sein, spielerisch zu sein. Und du kannst nun diese spielerische Zeitqualität für dich nutzen. Du spürst deine Zielstrebigkeit plus die spielerische Leichtigkeit der Zeitfrequenz. Es ist einfach eine chaotische Zeit, eine Zeit, wo viel durcheinander herrscht. Aber es ist keine Zeit einer Krise oder für Stress. Es ist eine Zeit der Wandlung und des Wiederaufbaus, des Neubeginns. Und du spürst, dass du in diese Energie eintauchst und du spürst, wie du deine Expertise, deine Zielstrebigkeit mit dieser Zeit synchronisierst. Kein Tag ist festgeschrieben. Keine Woche kann fix geplant werden. Kein Monat, keine zwei Monate, keine langfristigen Pläne. Alles ist möglich. Aber du spürst, dass du grundsätzlich auf dein Ziel, auf deine Ziele fokussiert bist und auch wenn der Weg dorthin mal rauf oder runter geht, bewegt ist, spürst du, du bist auf dem richtigen Weg, du bist auf deinem Weg. Und mit dieser Gewissheit spürst du jetzt mal einen Frieden, eine Zufriedenheit und das angespannte Stress von dir abwählt. Und und du spürst, dass du behütet bist. Du spürst, dass du ganz klar unter einem höheren Schutz stehst. dass dich ganz klar Themen nicht einschränken, nicht ängstigen und auch nicht treffen, sondern dass du absolut abgegrenzt, behütet und beschützt deine Ziele verfolgst. Denn du spürst, dass du mit diesen Zielen deinen Seelenplan verwirklichst, dass du dein Licht hier auf Erden verwirklichst und scheinen lässt. Und in dieser Energie spür mal wie sich das anfühlt, zielstrebig dein inneres Licht zu verwirklichen und mit dem Zeitgeist zu fließen, zu schaffen, zu verwirklichen. Ich bin im Fluss, ich erschaffe und ich verwirkliche. Und du spürst jetzt eben die Stabilität auf der einen Seite, aber auch die Beweglichkeit auf der anderen Seite. Und sämtliche Dichte, Trauer und Anspannung darf jetzt von dir abfließen. Und vor allem dieser Satz, ich schaffe es nicht oder ich muss mich besonders anstrengen. Auch das darf jetzt gehen. Es darf leicht sein und es darf erfüllend sein. Und es ist dein persönlicher Weg. Und es ist dein persönlicher Weg. Und der ist so schwer oder so leicht, wie du ihn dir machst. Ich übernehme die Verantwortung für meinen persönlichen Weg. Und du spürst jetzt, dass du diese neue Zeit, diesen neuen Rhythmus in dir integrieren kannst und absolut in deiner Mitte sein kannst. Atme jetzt noch mal tief ein und wieder aus. und spür, dass du genau an dem Ort bist, in der Zeit bist, wo du sein sollst, wo sich deine Seele absolut entfalten kann, im absoluten Potenzial. Nicht mehr gestern, nicht mehr morgen, sondern hier und jetzt. und atme dieses Bewusstsein mal tief ein und wieder aus und spür mal, wie jede Phase deines Körpers mit der Energie der Zeit schwingt und spür, dass du bereits angekommen bist. Und du hast alle Energie zur Verfügung, die du benötigst. bedanke dich jetzt mal bei der geistigen Welt, bei deinem inneren Licht, bei deiner Seele, bei deiner Lebenskraft, für diese unendlichen Geschenke, dadurch, dass dafür, dass du die Vergangenheit hast loslassen können, und spüre, dass du jetzt in deiner Schaffungskraft dein Leben neu kreierst. Atme noch mal tief ein und wieder aus und beweg dann mal deinen Körper. streck dich durch und komm dann ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und öffne deine Augen. Wie ist es dir gegangen? Wie war es für dich? Ich freue mich auf deine Kommentare und natürlich wie immer über einen Daumen hoch abonniere meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Arani. Tschüss, bis nächstes Mal. Die Momentan . Wie war es für dich? Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich.